Oh, ich glaub, hallo, ich glaub, ich weiß, wer du bist. Nun, Steffi, ich weiß nicht, ob ich den Namen jetzt gerade sagen darf im Stream, deswegen spare ich mir das mal. Aber ich glaube, ich weiß, wer du bist. Hallo, schön, dass du da bist. Willkommen. Ja, so seh ich aus. Hallo. So seh ich aus, wenn ich dann mal im Stream sitze. Der Kerl hat aber einen knackigen. War da nicht mal was gewesen? Ich guck nur meine Streamer oder so. War, hast du mal was erwähnt? Oh, warte mal. Scheiße. Oh, Mist, ich hab das schon getriggert, ne? Fuck, Mist. Weil ich wollte gerade eine Pause machen. Scheiße. Was, ich heiße hier wirklich, Steffi? Ich weiß nicht, was du meinst. Okay, dann verwechsel ich dich gerade. Okay, du bist nicht zufällig auf meiner Freundesliste, ne? Okay, dann verwechsel ich dich gerade. Dann, ähm, okay. Dann verwechsel ich dich gerade. Weil das wäre echt ein Zufall. Weil FIFA und so und dann Stuttgart und... Was? Ich schülle auf. Vielleicht hast du mich da mal gesehen. Okay, dann, äh, nein, dann verwechsel ich dich jetzt gerade mit jemandem. Okay. Weil ich hab letztens auch jemanden kennengelernt, äh, ähm, war 7 days to die. Und da kam auch irgendwie das Thema FIFA auf und so und, 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 äh, äh, kam auch aus Stuttgart irgendwie. Deswegen dachte ich jetzt so. Aber, naja, die Welt ist halt klein, ne? Ist nun mal so. So, jetzt mal gucken, ob wir jetzt den Doktor schaffen. Weil wenn wir ihn schaffen, dann machen wir eine kurze Pause. Eine kurze Pipipause. Hallo! Kommst du mit? Danke. Ja, freundlich von dir, Doktor. Höh, renn weiter, alter. Oh nein, Mol, du, Worldshot-Controller ist fast leer. Willst du mich verarschen? Nicht jetzt. Nicht jetzt, mein Kumpel. Nicht jetzt. Kann ich nicht gebrauchen. Nein, hab uns... Was haben uns nicht in der FAA... Was? Kannst auch mal ein Twitch-Profil gehen. Da ist ein Bild von mir drin. Da ist ein Bild drin von mir. Achso, okay. Ich bin nicht so ein Stalker. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich bin nicht so einer, der irgendwie auf Profile oder so gucken geht. Weil es gibt viele Leute, die, ähm... Es gibt echt viele Leute, hab ich mir sagen lassen. Die lernen irgendwelche, irgendwelche... Frauen, ne, sag ich jetzt mal, als Beispiel, ne, kennen oder so. Oder andersrum. Oder Frauen lernen irgendwelche Männer kennen. Und die gehen sofort auf die Facebook-Frofile. Sofort, sofort. Die gucken so... Muss ich gucken, Bilder. Boah, nee, gefällt mir nicht. Gibt's? Hab ich schon, hab ich schon mitbekommen. Gibt's? Wirklich? So. Hier ist eine gute, schöne Pause zu machen, weil hier passiert jetzt gerade nichts. Weil wir müssen das erst triggern. Ähm... Wir machen hier eine kleine, äh... Speedy-Run-Fun-Pause. Äh... In der Let's Play Live-Show. Und dann... Aber kann dich beruhigen. Ich bin... Was? Die, wo du meinst, dass du mich kennst. Also doch! Was denn jetzt? Was denn jetzt? Mann! Jetzt machst du mich... Jetzt jetzt... Jetzt machst du mich ganz... Jetzt machst du mich ganz kirre. Jetzt machst du mich... Jetzt machst du mich ganz kirre. Ich bin jetzt total verwirrt. So. Äh... Egal. Wir machen eine kleine Pipi-Pause. Eine kleine Augenpause. Auch für die Mods und alles. Äh... Und dann geht's gleich spannend weiter in der Let's Play Live-Show. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann noch dranbleibt. Folge 300. Wir sind fast durch mit... Mit... Äh... Mit... Mit... Mit 12 Stunden Stream. Nein, wir kennen uns nicht. Okay. Ich bin verwirrt. Ähm... Und dann geht's gleich spannend weiter hier in der Let's Play Live-Show mit Outlast im Speedy Run-Fun. Wir spielen das Hauptspiel durch und dann anschließend gibt's noch das DLC für den Herrn Doktor... Wie hieß er noch? Doktor... Doktor Do... Ne, wie hieß er denn nochmal? Warte mal. Ich schau mal eben schnell. Äh... Doktor... Der hat schon lange nicht mehr so geschrieben, ne? Der ist wahrscheinlich irgendwo anders. Oder der ist wahrscheinlich im Stream eingeschlafen, weil wir schon einmal gestorben sind im Wahnsinnsmodus. Ähm... Okay, nicht mehr da. Okay. Auf jeden Fall, wie gesagt, wir spielen anschließend noch den, den, ähm... Den, den, den... Das DLC Whistleblower. Und ich würd mich freuen, wenn ihr gleich noch dranbleibt. Ich geh mal eben schnell für kleine Jungs und nochmal eben was zu trinken holen. Und dann, äh... Das solltet ihr, glaub ich, auch tun. Also, bis gleich dann. Ja, boh. Ja, gainedoplan, eligibility bin. Leute, bis jetzt mal... Absch Aug. Ja. Also, bis jetzt zurück. Also, bis jetzt zurück. Dann, bis jetzt zurück. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich zieh mal ihn mal näher. So, Freunde. Ähm, ja. Wir haben den Doktor schon fast geschafft. Ne? Der Doktor ist fast durch. Ich hab mir noch mal eben was zu trinken von meiner Apfelschorle. Und vielen, vielen lieben Dank und ganz herzliche Grüße an alle, an wirklich alle, die da sind und die hier mitmachen beim 12-Stunden-Stream und die alle dabei sind. Vielen, vielen, vielen lieben Dank und auch die, die gefollert haben oder die neu dazugekommen sind. Ähm, normale Streamzeit für die Leute, die vielleicht neu dabei sind. Ähm, jeden Samstag und jeden Sonntag. Samstags immer ab 20 Uhr und dann immer so Open-End-mäßig, also bis, bis halt, ja, bis ich nicht mehr kann, bis ich umfalle. Oder halt, ähm, dann halt sonntags von 16 bis 20 Uhr. Ich hab das noch im letzten Jahr dann so gemacht, ähm, äh, dass ich das, äh, immer Freitags und Samstags gemacht hab. Das Problem ist aber, dass ich das durch meine Arbeit momentan nicht mehr schaffe mit Freitag, weil ich da immer so ein bisschen neben der Spur bin. Äh, ja, was heißt neben der Spur, aber halt, ne, weil ich so ein bisschen geredert immer bin. So, Apfelschorle, genau. Hey, Christian. Lady J... J... HD, willkommen zur Let's Play Live Show und schließt hier. So. Christina, ähm, was, was? Christian. Hallo, Christian. Wer ist Christian? Oh, der fuck ist Christian. So. Bin damit wieder weg. Viel Spaß mit euch noch. Ja, mach's gut. Vielen Dank fürs, äh, dabei sein und, soll mal, später oder so, oder keine Ahnung. Oh Gott. Freunde. Ticken Nudel, Steffi. Mein Gott. Ups. Mein Name ist nicht Christian, wenn du mich damit meinst. Ich bin, hallo. Aber schön, dass du da bist. Hallo. Weiter geht's im Text. So, wir sind mit dem Speedy Run Fun mit Outlast. Ähm. Ich frage mich, warum sowieso Sven den Link postet. Schreibt doch einfach Ausrufe, Zeichen, Werbung. Das reicht doch vollkommen. So. So, jetzt kommt wieder die Seele. Da brauche ich ja nichts machen von. Und I'm getting locked on you. So, Doktor geschafft. Check. Okay, dann fang ich wieder an zu spoilern. Was? Kann, wer, was, 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 was? Wenn ich keiner, was, was, wenn ich keiner, wer, irgendwo, brauchen darf, was, Werbung? Nee, Ausrufezeichen YouTube, nicht Werbung. Hab ich gesagt, Ausrufezeichen Werbung? Ausrufezeichen YouTube. Entschuldigung. Ähm. Ausrufezeichen Werbung ist auch nicht nötig. Ausrufezeichen Werbung. Äh, Ausrufezeichen YouTube, nicht Werbung. Äh, gibt auch Leute, die... Was gibt auch Leute? Bei Twitch, die den Link anklicken können, statt... Achso. Ja, stimmt, hast du recht. Stimmt, da hast du recht. Da geb ich dir recht. Stimmt. Da hast du vollkommen... Da hast du... Oh, hallo. Äh. Hier ist die Tür. Stimmt, da hast du vollkommen recht. Ich weiß, wo wir sind. Ich musste es brennen. Alles von uns. Merkow hat so viel von uns genommen. Er hat uns genommen. Er hat uns in diese Dinge genommen. So, lass es brennen. Achtung. Ich musste es brennen. Alles von uns. Merkow hat so viel von uns genommen genommen. Er hat uns benutzt. Er hat uns in diese Dinge genommen. Weil niemand über ein paar vergangenen Lunatrixen interessiert. Also lass es brennen. Also lass es brennen. Lass es brennen. Lass es brennen, das Ding, jetzt. So. Feuer in der Hohle. Feuer in der Hohle, nicht Feuer in der Hose. Feuer in der Hohle. Feuer im Loch. So. So, da musst du den... Was? Du musst den Command ändern. Da ist der Link direkt angezogen. Achso, ja. Stimmt. Könnte ich eigentlich machen. Warte mal. Nee, Moment. Den Glitch, den gönnen wir uns, ne? Komm, den Glitch, den gönnen wir uns. Geht der noch? Der geht doch bestimmt noch, oder? Der geht doch bestimmt keiner gefixt von den Rebels. Weil ich wahrscheinlich mit Outlast 2 genug zu tun habe. Ich komm da nicht mehr hin. Ich kann's nicht mehr. Ich kann's nicht mehr, Alter. Was ist denn los? Oder haben sie es echt gefixt? Das wär... Das wär der Hammer. Äh, Moment. Ich kann's nicht mehr. Noch? Er geht noch. Wollte schon gerade sagen. Ich dachte, fünf Minuten sind um. Was? Haha. Warte mal. Kann ich denn bei Commands, ne? Wenn die doch gerade bei Commands sind. Wir haben ja die Zeit. Es läuft ja nichts weg. Es läuft ja nichts weg. Ist ja kein... Ist ja kein richtiger, äh, Speedrun. Ähm. Ist ja ein Speedyrun-Fun nur. So mit Quatschen und so. Ähm. Kann ich nicht einfach dann hier eingeben? Warte mal. Doppelpunkt. Ähm. www.twitch.tv Nein, nicht Twitch. Entschuldigung. Äh. Warte, 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 warte. Äh, der Firefox kackt, glaub ich, schon wieder ab. Kopieren. Ähm, warte. Wenn ich das so mache. Und dann abspeichern. Hat er es gespeichert? So, jetzt gib mal bitte... Also, wer jetzt gerade dabei ist... Also, bitte nicht jetzt nicht alle auf einmal. Bitte nur einer, ja? Äh, Ausrufezeichen YouTube mal bitte eingeben. Das würde mich mal interessieren. Mal gucken, was jetzt kommt. Würde mich mal interessieren. Brennend. Was, googeln danach? Hä, was, was? Pallas, kein... Wes, Wes... Beta... TV installiert? Warte, warte, warte. Ich bin gerade nicht im Bilde. So. Äh, nein. Das soll... Doch. Doch. Doch, das geht. Ja, das geht. So. Ausrufezeichen YouTube. Nein, so ist es nicht so. Mann, du weißt genau, was ich meine. Was? Das User kannst du aber weglassen im Link. User im Link? Achso, du meinst den YouTube-Channel-Name, meinst du? Ja, vielleicht mach ich da einen extra Account für. Oder nee, ein extra Dings für. Oder vielleicht einfach nur YouTube-Channel, einfach nur hier. Mach ich einfach so, warte. YouTube-Channel und dann einfach hier so ein Doppelpunkt. So. So, jetzt vielleicht nochmal. Also es gibt Ausrufezeichen Facebook, Ausrufezeichen Freunde, Ausrufezeichen Rank, Ausrufezeichen Setzen, Ausrufezeichen Top, Ausrufezeichen Werbung, Ausrufezeichen YouTube, Ausrufezeichen Multi, Ausrufezeichen Multi 2, Ausrufezeichen FA. Ausrufezeichen YouTube, könnt ihr ja nochmal schreiben, dann kommt halt nochmal der Link alleine. Ja, ich weiß es wegen, das Kappa hier. Hallo? Der hat es nicht bemerkt? Lol. Dann schleiche mir drumrum. Weil wenn er uns nicht bemerkt hat... Hm, der kommt rein, ne? Der Dreckzack, ne? Wo ist der? Okay. Swinson! Was meinst du mit Better TV TV? Ich... keinem. So, anschmeißen und fertig. Weiter geht's. So. So. Gibt's zu viel zum erklären. Genau. So, jetzt könnt ihr nochmal schreiben, Ausrufezeichen YouTube. Um zu gucken, jetzt müsste ja eigentlich nur noch der Link kommen. Aber, ich weiß auch ganz genau, warum ich geschrieben habe, User oder YouTube, äh, ähm, Reflex ER. Weil für die Leute, die auf, äh, Live von der Playstation gucken, die können mit dem Link ja gar nichts anfangen. Ne, weil wenn ich jetzt hier, äh, können die ja mit dem Link gar, mit dem Link gar nichts anfangen. Weil die Leute auf Twitch, ja, aber die Leute bei Live von der Playstation, Link, kann ich nicht lesen. Ne? Weswegen. Aber ich hab jetzt ja unten stehen auch im, äh, im Banner, unten im orangenen Banner, da steht's ja auch im YouTube-Channel, ne Ahnung. So. Was, ich meine in dem, was? Ich meine in dem Link, User weglassen. Echt? Kann ich das weglassen? Ernsthaft? Weil ich dachte, das muss man immer dabei schreiben, irgendwie. Ich dachte, das wäre irgendwie, ich dachte, das wäre irgendwie dabei. Ich dachte, das wäre irgendwie, Alter, wie hell das ist gerade. Ich, ich, ich... Was? Eine Webseite verlangsamt in den Browser. Was soll getan werden? Alter. Der Firefox, ne? Riecht mich so auf. Ähm. Was ist denn hier los? Aktualise doch mal, die Scheiße. Ja, ich hab mir da alles abgeschmiert. Alles. Volles Programm. Ich starte mal Firefox einmal neu. Warte mal. So. So, ähm. Ach, ich hab auch noch Spotify offen. Guck mal einen an. Mein Gott, mir hat's alles im Stream, ey. Fürchterlich. Kamera. Action. Ah, hier. So, warte mal. Twitch. Und dann noch einmal den Vifort. So. Äh, Kommands. So, warte. Bin zu faul. Was? Bin ich wenigstens erleuchtet. Ja. Ich bin erleuchtet. So. Machen wir mal gucken. Warte mal. Ich darf hier nicht zu viel Kamera verschwenden. Ähm. Das User kann man weglassen. Das wusste ich gar nicht. Warte mal. Wo ist der jetzt hier? Da. Dann haben sie das aber irgendwann ge... Nein. Nein. Lass uns kommen. Einfach da, wo es ist. Boah, der Firefox ist so langsam. Ist es so. So. Jetzt müsste es eigentlich funktionieren. So, warte. Ich probiere es mal selber aus. Jep. Jetzt funktioniert es. So. Ja, deine Mama geht aus. Ich sehe ein Ghost. So. Warte mal. Hier war noch irgendwo eine Batterie, ne? Wo war denn das nochmal? Irgendwo war hier eine Batterie. Hier war dem hier. Warte mal. Wann, wann... Ah, hier war die Batterie. Ich wüsste es doch. Irgendwo war hier noch eine gewesen. Ich komme mir noch in den Sinn. So. Äh, Ladebildschirm. Warte. Lalalalala. Weiter geht's. Im Outlast. They're everywhere. They're everywhere. So. They're everywhere. Wir müssen unbedingt mal gucken, dass wir mal, wenn du mal wieder so weit bist mit Streamen, Sven, dass wir mal so Multistream wieder machen. Irgendwie mit einem Spiel. Irgendwie so ein Koop-Game oder sowas. Was wir dann zu zweit spielen oder so. Das ist also so Multitwitch-Stream wieder machen. Das wäre so voll geil. Das würde ich feiern. Oh, nein, woher lau' ich hin? Alter, nein. Den hab ich ja Rans vergessen. Alter. Hab ich mich erschrocken. Alter. Hab ich jetzt ein bisschen Pipi in die Hose gemacht. So ein kleiner Tropfen Pipi ist in die Hose gegangen. Alter. Ich hab gedacht, ich kann jetzt da ganz gemütlich hinlaufen. Alter. Finde Vater Marvin in der Frauenstation. Na, was soll wohl der in der Frauenstation machen, ne? Ist auch ganz klar. Der räumt wahrscheinlich gerade die Bibliothek auf. Ich denke mal schon. Du sahst den Wallrider, nicht du? Du bist beginnt zu verstehen, aber nicht yet. Ja, ja, ja. Bla, bla, bla. So. Können wir machen, wenn ich meinen Bots richtig eingestellt habe. Ja. Definitiv. Ich werd auch mal gucken, dass ich mal irgendwie vielleicht mal einen Premium-Bot mehr organisiere. Und dass ich nochmal richtig alles nochmal ganz von A bis Z nochmal die Bots nochmal durchgehe. Also ganz zufrieden bin ich mit den Bot-Einstellungen noch nicht. Und ich will über die Elgata mal gucken, ob ich das mit dem Streaming kriege. Über den Laptop. Über die Streaming-Software. Mit, äh, mit den Szenen und so. Dass ich das mit dem Laptop mache. Weil über den Mac geht das nicht. Der Mac ist dafür zu schwach. Oh Gott, die nächste kritische Szene mit den, mit den, äh, Sicherungen. Ist da noch ein Twitch-Sanal entstanden? Ja. Ich hab dich übrigens geedilt schon. Auf, äh, Dings. Na, nimm auf, nimm auf, nimm auf, nimm auf. So, der Typ müsste jetzt kommen, ne? Ja, da kommt er. Wo ist der? Wo ist der? Ich bin nicht da. Ciao. So, auf Wiedersehen. So. Das war schon mal ein bisschen knapp gewesen, weil der Typ schon fast bei uns in der Nähe war. Aber egal, sollen es nicht stören. Wir gehen direkt weiter. Der klopft gerade die Tür ein. Äh, warte mal. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Falsch, oder was? Ich bin falsch gelaufen, oder? Kann das sein? Ich glaub, ich bin falsch gelaufen. Ich bin so hohl. Ja, ich bin falsch gelaufen. Scheiße. Fuck. Ähm. Jetzt macht die Bots nicht so fertig. Ja, ich kann's nicht ändern. Scheiß Batterie, nimm die Batterie auf. Geh weg, lass mich. Lass mich, geh weg. Du bist verrückt. So. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Ich wär ja viel froher drüber, oder beziehungsweise würde ich es mehr feiern, wenn ich mehr Chat-Mods hätte. Hm. Geh weg, geh weiter, geh weiter, geh weiter, geh weiter, geh weiter. Ciao. Wenn ich mehr Chat-Mods hätte, so ein bisschen mit eigenen Moderations-Chats, so für die Mods nur. Das geht ja bei Twitch, aber dafür habe ich zu wenig Mods, die einfach nur hier darüber kontrollieren, wie das Ganze läuft. Aber ist nicht so das Problem. So, haben wir das eigentlich soweit, dem Bereich? La 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 la, la 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 la. So, da haben wir den Schlüssel schon. Der Schlüssel. Sollen wir immer eben nachladen? Ja, der kommt schon, der kommt, Alter. Geh weg, lass mich. Wie schnell der aus der Tür kam jetzt auf einmal, das war doch vorher nicht. Was ist denn da los? Das Spiel will mich auch verarschen. Der Chat ist auch sehr entspannt, da brauchst du doch nicht so viele Mods. Ja, wie gesagt, ähm, klar. Ist auch sehr entspannt, muss ich sagen. Also er hat sich in der letzten Zeit echt so ein bisschen eingepindelt, wie ruhig der geworden ist. Ich kann mich entsinnen damals, wie ich angefangen habe zu streamen. Da war der sehr unruhig gewesen. Aber jetzt einigermaßen geht's eigentlich. Was kommt denn jetzt nochmal? Ach ja, jetzt weiß ich, was kommt. Nein! Ich habe das Springen vergessen. Oh, ernsthaft. Ich habe vergessen zu springen. Egal. Gleich verlieren wir unsere Kamera. Hui! Hallo, Bungweiner! Flexi, du bist alt. Ja, ich merkte schon. Ich kann Outlast nicht mehr so gut. Hallo, die Mengele, Brüder. Guck mal an. Da sind sie wieder. Als hätten wir sie vergessen. Nein! Oh, ist das hohl! Warum? Ich war doch fast drüben. Ey, süß! Was wäre süß? Die Mengele, Brüder? Ja, die sind süß, weil die nackig sind. Die Mengele, Brüder sind... Hallo? Die Mengele, Mengele, Brüder sind immer so nackig. Nackelig! Und die haben auch einen kleinen Pipi-Mann. So. Oh, Gott sei Dank habe ich geschafft. Gott sei Dank. So, verlehen wir unsere Kamera. So, ich trinke mal ein Stück Apfelscholle. Nein! Ich frage mich, wer da unten läuft. Den haben wir nie gesehen. Der Broadcaster. Was ist der Broadcaster? Was? Ich? Nein, ich bin doch nicht süß. Haha, ich bin süß! So. Ähm. Broadcaster hat man uns immer genannt früher, wie ich Internetradio gemacht habe. Da hieß das noch Broadcast. Genau, Broadcasting-Streaming-Software hieß das damals. Gut, dass du mich daran erinnerst. Lady J.E.H.D. Ähm. Ja. Aber ich bin doch nicht süß. Ich bin süß. Oh, aber vielen Dank fürs Kompliment. Das ist echt nett von mir. Dankeschön. Erstmal, dass jemand zu mir sagt, ich bin süß. Hör ich zum ersten Mal. Ich hab jetzt schon alles verdient. Weil ich jetzt gerade diesen Geist gesehen hab. Ich hab jetzt schon alles verdient. Was mich da alles erwartet in Resident Evil 7. Oh Gott. Also Outlast ist ja für mich ja eigentlich quasi nur noch so ein Durchrennspiel. Outlast 2 wird wahrscheinlich auch wieder lustig. So. Der wollte mit seinem Zeigefinger auf die Kamera, äh, halten. Leider hat der keinen. Ja, das stimmt. Oh, hallo. Sorry, war das zu viel? Nein, um Gottes Willen. Nein, wie gesagt. Vielen Dank fürs Kompliment. Dankeschön. Nein, nein. Also, äh, ich muss vor anderen Leuten, die hier neu sind im Stream, äh, bitte nicht immer das ernst nehmen, was ich hier sage. Ja, also wenn ich mal einen Scherz mach oder so, ne? Also nicht immer ernst nehmen, ne?